Hallo Fußballfans, Peter meldet sich hier aus der großen Freiheit und wollte was zum Derby sagen. Derby, ich habe jetzt schon Fieber in den Knochen, das Derby ist immer was Besonderes. Ich muss nur eins sagen, also St. Pauli ist für alle da, das wissen wir nicht. Ich bin schon dritter Generation hier in Hamburg und St. Pauli war meine zweite Heimat, das dazu zu St. Pauli. So, jetzt würde ich was zum HSV sagen. Derby ist ja ganz was Besonderes. Ich hoffe, dass die Leute, wir haben ja nicht viele Hamburger drinnen, bis auf Erb und sonstige Leute, haben wir ja keine richtigen Hamburger drinnen, aber ich versuche natürlich jetzt auf die Truppe zu motivieren. Ich hoffe, dass das alles klar geht und dass die Fans, die sogenannten Fans, für mich sind das keine guten Fans, sie machen das Spiel auch kaputt. Was drumherum ist am Volksberg, das passt nicht in der heutigen Zeit mehr rein. Das sind Idioten und nichts anderes. Ich habe die gestern in die Polizei gesehen, mit Führhunden und Pyro-Technik-Hunden da. Ich kann das nicht begreifen. Ich hoffe, dass das ein schönes Derby wird. Und der Bessere soll gewinnen in meinen Augen und der Bessere wird HSV sein. Diesmal kein Ergebnis, sondern drückt die Daumen, Jungs. Die Nummer eins in Hamburg sind wir. Ob Kiez oder Volksberg, das ist doch scheißegal. Wir sind Hamburger. Alles gut. Ich sage Moin Moin. Tschüss Ihnen oder HSV. Tschüss. Schöpfe. Schöpfe.